2024. Was für ein turbulentes Jahr für Fans von Son Goku, Vegeta und Co. Im Alter von nur 68 Jahren verstarb dieses Jahr der Dragon Ball Erfinder Akira Toriyama, einer der einflussreichsten Mangaka aller Zeiten. Allerdings feiert Dragon Ball 2024 auch sein 40-jähriges Bestehen und genau in diesem prägenden Jahr erscheint dann auch noch mit Dragon Ball Sparking Zero einer der spannendsten Arena Fighter seit langer Zeit. Dragon Ball Sparking Zero wird regulär am 10. Oktober für PC, PS5 und Xbox Series X und S veröffentlicht und setzt nach über 17 Jahren eine der beliebtesten Dragon Ball Spielereien aller Zeiten fort, die wir hierzulande als Budokai Tenkei-Chi kennengelernt haben. Sparking Zero wird der lang herbeigesehnte vierte Teil und macht wohl genau da weiter, wo die Serie vor all diesen Jahren schon stand. 182 spielbare Kämpferinnen und Kämpfer inklusive Dutzender Transformationen warten hier, sowie altbekanntes High-Speed-Gameplay in zerstörbaren Arenen. Ob das aber nur ein Nostalgie-Trip ist oder auch im modernen Umfeld mit noch mehr als reiner Masse glänzt, finden wir in diesem Testvideo einfach mal heraus. Dragon Ball Sparking Zero ist ein Arena-Fighter. Ihr kontrolliert euren gewählten Kämpfer also, wie ihr hier sehen könnt, aus der Ser-Person-Sicht und die Zweikämpfe werden in durchaus weitläufigen, offenen Arealen ausgetragen. Das mag für manch Fighting-Game-Puristen ungewohnt wirken, passt aber einfach optimal zu Dragon Ball. Die Sparking-Serie versucht nur indirekt als mechanisch perfekt designtes Prügelspiel durchzugehen, wie man es etwa von Genre-Platzhirschen wie Street Fighter kennt. Wenn ihr kompetitiv auf einem hohen Niveau agieren wollt, würde ich euch eher zu Dragon Ball Fighters raten. Das sei auch gleich gesagt, Sparking Zero kann gelegentlich enorm überladen, fast schon chaotisch wirken. Da kommt selbst die Kamera nicht immer ganz mit. Das gefällt sicher nicht jedem, doch dieses Chaos spiegelt zumindest sehr gut die Kampfrealität eines epischen Dragon Ball-Gefechtes wieder. Wo Sparking Zero dafür unerreichbar vorne liegt, ist bei der Immersion. Wenn ich einen Fuß in eine der Arenen setze und mich gedanklich darauf vorbereite, dass hier gleich die Hölle losbricht, bin ich voll und ganz in dieser Welt. Es gibt keinen mechanischen Schleier, der mich davon abgrenzt. Ich taktiere weniger, das ist richtig, ich spule aber dafür auch nicht nur angelernte Kombos ab oder denke mehr über die Spielmechanik nach als darüber, wer ich bin und wer mein Gegner ist und warum eine Faust so gut in seiner Visage passt. Sparking Zero ist, was das angeht, die ultimative Dragon Ball Erfahrung. Und damit will ich gar nicht sagen, dass es sich mechanisch unsauber spielt. Sparking Zero gibt mir und seinen 182 Charakteren enorm viele Manöver in die Hand, um in den rasanten Schlägereien die Oberhand zu bewahren oder einfach nur die Schlachtfantasie anzufachen, nach der es mir gerade gelüstet. Da ist es mit leichten Schlägen, ein paar Blocks oder hier und da mal ein Kamehameha nicht getan. Mal muss ich blitzschnell einem Angriff mit einem Teleport ausweichen, mal einen Teleport meines Gegners mit meinem eigenen Kontern, den dieser dann wieder kontert, den ich dann wieder kontert. Das kann ganz schön oft passieren. Aber es gibt noch mehr. Ich sause durch die Luft, ich überlege mir eine Taktik, wie ich meine Superangriffe zielführend einsetze. Ich muss Gegner greifen, muss Angriffsrichtungen bedenken, muss mir Platz schaffen, meinen Key-Haushalt im Blick haben und und und. Wie gesagt, wirkt manchmal etwas überfrachtet. Hat man all diese Dinge aber einmal verinnerlicht, entbrennen regelmäßig mustergültige Anime-Fights. Da wird geschrien, geballert, getrashtalkt und nebenbei gehen Berge in die Brüche. Oder ein ganzer Planet wird in eine feurige Ödnis verwandelt. Das sorgt für eine relativ steile Lernkurve, da die KI selbst auf mittlerer Schwierigkeit bereits ordentlich vom Leder zieht und Serieneinsteiger frustrierend leicht übertölpelt. Zumal die Tutorials sich recht statisch spielen und nicht besonders gut die Kampfrealität abbilden. Hier muss man einfach am Ball bleiben und darf sich nicht unterkriegen lassen. Was ja dann wiederum eigentlich auch schön zu dem passt, was uns Dragon Ball eigentlich vermitteln will. Die gewaltige Auswahl an spielbaren Charakteren war schon zur Zeit von Budokai Tenkaichi wegweisend, mit Sparking Zero erreicht die Reihe einen neuen Meilenstein. Immerhin beinhaltet der Kader nicht nur wie früher haufenweise Charaktere aus Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT und allen Filmen. In Sparking Zero kommen jetzt auch noch neue Feinde und Transformationen aus Dragon Ball Super hinzu. Charaktere wie der extrem mächtige Jiren und ganz bekannt natürlich Goku und Vegeta als Super Saiyajin Blau. Teilweise sind hier Figuren dabei, mit denen ich nie gerechnet hätte und die eigentlich nur Randerscheinungen beim Tournament of Power waren. Das sprengt zwar die bisherigen Charakter-Limits, aber es wurden auch nicht alle Figuren aus den Vorgängern übernommen. Hier erscheint die Auswahl stellenweise etwas kurios, da beispielsweise der wichtige GT-Bösewicht Super C-17 fehlt und ich dafür einen namenlosen Charakter namens Freeza Armeesoldat steuern darf. Okay. Alles in allem versteht das Entwicklungsteam aber schon sehr gut, was seine Fans von dem Spiel erwarten. Denn Fans von Budokai Tenkaichi oder halt Sparking spielen diese Reihe in erster Linie, um sich ihre Dragon Ball Träume zu erfüllen. Weniger um kompetitiv in den Ranglisten aufzusteigen. Stellt euch Sparking Zero eher wie eine digitale Spielzeugkiste vor, die vor Actionfiguren geradezu überquellt. Was ihr damit macht und welche Geschichten ihr erzählen wollt, liegt ganz an euch. Hauptsache ihr knallt die Figuren ein wenig aneinander. Man darf sogar in den benutzergenerierten Gefechten eigene Episoden designen, inklusive Siegbedingungen, Event Trigger, Zwischensequenzen und so weiter. Damit lassen sich tatsächlich kleine kreative Kampfherausforderungen stricken. Ich muss dann etwa herausfinden, wie ich einen übermächtigen Gegner in die Knie zwingen kann oder mit einigen selbst auferlegten Nachteilen zurechtkommen. Alternativ muss ich mir diese Arbeit aber auch nicht selbst machen, sondern lade kreierte Episoden aus der Community herunter und greife damit auf einen nahezu endlosen Quell an neuen Singleplayer-Herausforderungen zurück. Das Menü für diese selbst erstellten Episoden wird allerdings unnötig umständlich bedient. Da die Dialoge immer aus vordefinierten Blocksätzen bestehen und sämtliche Namen chaotisch sortiert wurden, sucht man sich hier minutenlang durch endlose Listen und gibt sich irgendwann mit dem Erstbesten zufrieden. Ein sehr unschöner Nebeneffekt der ohnehin enorm holprigen deutschen Übersetzung. Zumal das auch nicht das einzige Menüproblem von Sparking Zero bleibt. Das Hauptmenü mag zwar richtig toll aussehen, aber es zu navigieren ist die Hölle. Schaut einfach mal, wie lange es dauert, von einem Bereich in den nächsten zu kommen. Hier hätte ein wenig weniger Fanservice sehr gut getan. Apropos Fanservice. Was ist denn jetzt mit der Story? Dragon Balls Geschichte wurde schließlich bereits dutzende Male in dutzenden Videospielen nacherzählt. Sparking Zero hilft dir zumindest, dass es mit Dragon Ball Super aus einem völlig neuen Pool an Geschichten schöpfen kann. Doch die Kampagne bietet darüber hinaus gelegentlich völlig alternative Abzweigungen. Also Storypfade, die wir so noch nie gesehen haben. Statt einer einzelnen langen Kampagne wird die Geschichte aus der Sicht von acht Charakteren nacherzählt. Darunter sind nicht nur klassische Helden wie eben Son Goku oder Piccolo, sondern auch einige Schurken wie Freeza oder Goku Black. Im Verlauf dieser einzelnen Stories kann ich sowohl an gewissen Punkten andere Entscheidungen als in der Vorlage fällen, als auch über meine Aktionen in einigen Kämpfen die Handlung verändern. Das reicht von kleinen, alternativen Enden bis hin zu ganz neuen Storyzweigen. Jage ich mit Son Goku, Freeza etwa nicht mit der Genki-Dama in die Luft, gilt der Schuft einfach als besiegt. Und Son Goku fährt mit seinen Freunden gut gelaunt wieder nach Hause. Ganz ohne Feigenmord an Krillin oder der legendären Transformation zum Super Saiyajin. Das erhöht deutlich die Motivation, einige Episoden der Kampagne auch mehrmals anzupacken. Allerdings wird die Motivation gleichzeitig durch die Struktur der Kampagne auch gesenkt. Denn selbst ohne mehrmaliges Durchspielen bin ich schon gezwungen, die Story wirklich ständig von vorne zu erleben und immer wieder das gleiche erzählt zu bekommen. Mal als Son Goku, dann als Son Gohan, dann als Vegeta und dabei fehlen hier dann jeweils auch noch stellenweise wirklich wichtige Teile der Handlung, die eigentlich zu ihrer Geschichte gehören. Dadurch sind manche Stories überraschend kurz. Bei Son Gohan fehlt die komplette Saiyajin-Saga und die Namek-Saga ebenfalls. Und bei Vegeta hört die Story nach Dragon Ball Z einfach auf, obwohl Son Gokus Rivale gerade in Dragon Ball Super eigentlich als zweiter Protagonist durchgeht. Das ist unfassbar schade. Inszeniert wird die Kampagne manches Mal in wirklich eindrucksvollen Zwischensequenzen, manchmal aber auch nur in statischen Bildern. Die größte Stärke von Sparking Zero liegt eben doch weiterhin darin, sich seine eigenen Träume zu erfüllen. Wer will, kann im Editor die Story komplett nach eigenem Wunsch gestalten. Davor würde ich euch aber raten, erstmal Jagd auf alle Charaktere und ihre Kostüme zu machen und diese über den Senni-Shop, den Turniermodus oder mit Hilfe eines Wunsches an Shenlong freizuschalten. Es gibt damit durchaus reichlich zu tun und im Online-Modus könnt ihr euch obendrein in Einzel- oder Teamkämpfen messen. Allerdings ist der Online-Modus noch sehr ausbaufähig. Hier ist in allen Kämpfen stets eine spürbare Eingabeverzögerung bemerkbar. Das macht ihn nicht unspielbar, aber in einem derart präzisen Prügelspiel sind schon wenige Millisekunden an Verzögerung äußerst nervig. Da sollten die Entwickler dringend nacharbeiten. Obendrein sind in Dragon Ball Sparking Zero die spielbaren Figuren tatsächlich recht unausgeglichen. Ein Gogeta hat gegenüber eines Mr. Satan einen gewaltigen Vorteil. Daher werdet ihr in den Ranglisten-Partien trotz des großen Kaders wohl sehr oft auf die gleichen Nasen stoßen. Das ist aber tatsächlich ein wenig Absicht und soll natürlich den realen Stärkeunterschied hervorheben, der zwischen Figuren in diesem Universum nun mal besteht. Insgesamt müsst ihr euch bei Sparking Zero sehr genau überlegen, was ihr eigentlich wollt. Die Kollegen von GamePro hatten sich etwa einen mechanisch und spielerisch durchdachteren Brawler gewünscht, wie es bei Dragon Ball Fighters der Fall ist. Wer darauf hofft, wird ziemlich sicher enttäuscht. Sparking Zero richtet sich vor allem an die Leute, die hier Geschichten und Fantasien ausleben wollen. Klar, der Story-Modus hat Luft nach oben, aber vielen alten Fans von Budokai Tenkaichi wird das egal sein. Sie bekommen im Gegenzug einen riesigen Charakterpool und können komplett in dieser Welt mit ihren krachenden Kämpfen versinken. Denn das gelingt dem neuen Teil besser als jedem anderen Dragon Ball Spiel. Die Kämpfe fühlen sich einfach authentisch nach Dragon Ball an. Und am meisten Spaß macht es hier, nicht immer nur auf Effizienz zu setzen, sondern eben den Kampf so zu führen, wie man es im Anime erwarten würde. Wer dann auch noch Spaß daran hat, sich im Editor eigene Stories auszudenken oder aus der Community herunterzuladen, kann mit diesem Dragon Ball Spiel monatelang etwas anfangen. Das macht es vielleicht nicht zum objektiv besten Dragon Ball Fighter aller Zeiten. Aber entspricht dafür genau dem Wunsch, den Fans von Budokai Tenkaichi sich von den Dragon Balls sehr wahrscheinlich hätten erfüllen lassen. Your wish has been great. I'm farewell.